Sooo, da bin ich mal wieder mit Let's Play Zelda II in The Edge of Link. Nach dem ganzen, ja, rumgetrödelt in Schloss Nummer 5, versuchen wir wieder ernst weiter zu spielen. Sooo, ähm, wo habe ich die Flöte? Muss ich mal nachgucken, wo ich die Flöte hab? Jipp, wunderbar. Ach, das war ein Verstopf. So. Ach ja, genauerdings wollte ich noch sammeln, ähm, die Magie. Und da war doch nichts mehr. Glaube ich mal. Ach, keine Ahnung. Hilfe! Hüpf, Kamp, Kamp, hüpf doch. Danke. Sooo, ähm, einmal würde ich sagen, sammle ich jetzt das Herz. Und einmal sammle ich... Hier muss das Schloss sein. Genau, und ich glaube genau überhalb vom Schloss. Irgendwo, dachte ich, ging es hier nach oben. Ich glaube, hier müsste das Herz sein. Ich glaube, hier müsste das Herz sein. Jump! Ja, da haben wir es doch. Wunderbar. Ich glaube, das war eine Abkürzung. Jawohl, brauche ich schon mal nicht so auf den Wald laufen. Aber... Aber... Ein Leben! Cool. Das merke ich mir. Nein... Ach komm, ich kann da schnell durch. So, was soll's. Au! Da! Leck mich! Hier! Hier ist die Magie! Da! Da! So! Die habe ich gesucht und nicht gefunden. Hier war's Leben. Schleidern immer da, ist ja cool. Ich glaube, für Leben lässt sich da einiges machen im nächsten Schloss. Aber zuerst, ähm... Möchte ich mal mein Leben auffüllen. So... Oder meine Magie, das geht auch in Ordnung. Kann ich mich so hochhalten? So... Alles klar, dann ab in den Süden. Ähm... Ja. Oh, ich wandelte die... Walnüsse. Die... Haselnüsse. Und hier war, glaube ich... Der Scheiß, genau. Genau. Jesus Gott! Mann! Haha, sicher! Keine Ahnung! Ah, es sind drei, meine Fresse, drei. Lass mich. Ey, ich will die Erfahrung mitnehmen. Na. Okay. Dann würde ich sagen, geh ich mal hier weg. So. Was ist denn hier in dem Sumpf? Äh, ich hab ein bisschen Angst. Okay, gar nichts. Möchte ich mal da nach oben gucken. Oh, eine Höhle. Ähm, 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 da, da hab ich die großen Viecher lieber. Jetzt lass mich doch. So. Ich hab irgendwie Angst. Skorpion. 500 Erfahrungen. Okay. Oh, komm, der war genau in der, ja, also ich sag, in der Range, dass ich nicht treff. So, dann hier schön aus dem Matsch raus. Und was auch immer das sein soll. Sumpf. Ah, doch, die großen sind besser als die kleinen. Stimmt, den kann ich einfach hüpfen. So. Und ich geh mal lieber in den Wald. Und ich will, nein. Oh, ich will, nein. Ups, sehr schön. Aua. Ja. Ähm, ähm, ähm. Sturb. Ja, genau. Aber ich hab ja noch drei Leben. Hahaha, perfekt. Kann ich den einfach mal... So, so hätte ich das vorher auch machen sollen. Was kennt der? Der hält mir aus. Aber gibt weniger Erfahrung. Hallo. Ach, das war... Das war hier. Das weiß ich nur durch, durch, ähm... Bla und blub und blie blub. Da ist die Stadt. Hab sie gefunden. Wie heißt die Stadt nochmal? Versteckte Stadt von... ...Kazuto. Eigentlich muss man, glaube ich, in der Stadt... Was möchtest du von mir? Okay, wir müssen Kazuto verlassen oder aus Kazuto fliegen. Okay, ich brauche deine Hilfe. There is a secret. Add. Ja, das lese ich gleich noch. Oh, Magic. Wow. Ich glaube, Magic müsste voll sein. Ich durfte keinen mehr finden. Edge of the Town. Edge of the Town. Okay, alles klar, dann lauf ich da mal hin.